Guten Tag, ihr Light. Ähm, wie gehe ich an angekündigt? Gehen wir jetzt einfach mal direkt hoch. Oh, das war's. Hinter dieser Tür ist dein Vater. Bereite dich auf die Begegnung vor. Wie bereitet sich deine Tochter auf die Begegnung mit dem Vater vor? Weiß nicht. Äh, keine Ahnung. Wo sie sich die Zell putzen? Oder irgendwie die Viehs wischen? Oder? Hä? Äh, egal. Geh voraus, Nadja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Bla, bla, bla. Schalte diesen Zauber auf. Bla, bla, bla. Danke, danke. Hopp, tschüss. So. Oh, jetzt wird... Oh, jetzt kommt 100 Pro so... Oh, ich bin die Bösewicht und ich erkläre jetzt, warum ich was mache. Weil... Muss man halt so machen. Hey, ihr Light, was machen ihr hier? Wo ist denn der Anna? Ich übersetze mir so wortgemäß... äh, sinngemäß. Äh, Oogle the Bug. Oogle the Bug, ich bete zu dir. Äh, du hast Dämonen gesät. Und, äh, Chaos gemacht und so. Und... Hier... Mach, dass ich schlau wär. Äh, mach mich zum Drache. Äh, achso. Ja, okay. Mach mich zum 8. Drache. Okay. Äh, mach alles kaputt. Hä, 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 hä. Okay. Hät mir das auch geklärt. Oh, wie schrecklich. Guck mal, ich weine. Oh, 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 oh. Mein armer Vater. Ach, guck mal da. Nattl, alles klar. Ja, ja, bin ja da. Warte, ich hole euch raus. Schwuppdiwupp. Oh, Natcha, Natcha. Hast du mal Bruder gesehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Ich hab gehofft, dass er bei dir ist. Natcha, dein Vater ist bekloppt. Ich hab genug von deinem blöden Vater. Oh. Muss ich jetzt wieder mit alle Einzelnen, die er einmal bekämpfe, oder was? Hab ich immer gar geen Bock drauf. Was hast du denn mit dem Aiden gemacht? Wo ist mein Bruder? Hä? Wie sie nie rausgekommen? Hier ist es, nee. Ah, Natcha, guten Tag. Schön, dass du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist, nee. Irgendwie hat er das gar nicht gesagt. Egal. Warum? Warum machst du sowas? Na, ich krieg alles, was ich als stepplicher krieg kann. Oder als unstepplicher. Und im bevorstehenden Zeitalter, Huldebuck, ist er dann der Held. Okay, alles klar. Freiheit für einige, Tod für viele. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Chaos ist Freiheit. Die Völkeraschern sind Sklaven ihres Glaubens. Die Göttin der Ordnung versklavt sie. Alter, ich kann dich nicht bekämpfen. Du fisch doch mal babbeln. Natürlich kann ich das nicht. Das ist da, ich schwäche. Als Cyrus dich zu mir brachte, spürte ich den Kamala Asiya in dir. Okay. Der meine Kraft mindern mochte. Wann hat denn das Cyrus? Sie zu. Egal. Ja, ja. Hab dich doch noch nicht kaputt gemacht, weil, werd dumm gewesst. So. Aber jetzt hat es so, schwacher wird für dich. Jetzt muss ich keine Angst mehr haben. Okay, alles klar. Ritual beginnt. Guck in den Himmel. Findest du nicht, es kommt. So, nun endlich wird Asexis mir die Klinge des Bindens bringt. Sag mal, wieso hol das eigentlich nicht selbst, wann die so wichtig ist. Aber ich mein, jo, hopp. Kommt der Anna-Kollege bei geschlappt. Guten Tag. Ach, ihr, du. Hey, wer bist'n du? Du bist'n du da, g'sexis? Das ist ja, glöcke, äh, der Atze. Aber du hast die Klinge des Bindens. Okay, alles klar. Was'n du los? Oho, oho, oho. Ah, uh, 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 ich synchronisier grad sinngemäß, ne? Ähm. Huddleback, Huddleback, verhudeltest du grad die Lack. Hopp mach hinne. Hey, was'n du los? Der kann dich nicht hören. Es geht los. Der kann nur die Worte des Meisters hören. Ist doch so, gell? Da hab ich da net. Okay, greif an. Bleib zurück. Ich hau mal nen Bruder auf die Waffel. Sei vorsichtig, er ist immer noch dein Bruder. Du Waffel. Okay, alles klar. Es geht ab. Wird geladen. Weißer Bildschirm. Oh, ich hab dreckiger Monitor, seh ich grad. Äh, wo's denn das jetzt alles? Oh ja, genau. Das ist noch genauso, wie ich sie hinner Loss hab. Okay. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, Priesterin. Reihen. Entstehen. Oh, das ist schon mal gut, aber wir gucken mal weiter. Ich weiß nicht mehr, was es ist. Engel gibt allen Angriffsformationen während des Lats. Äh, blabla, Fusionsangriffe, 50%. Oh, das ist grad. Ehm, andere 50%ige Chancen. Das hab ich, glaub ich, die ganze Zeit gehabt, ne? Zauberanzeige, das ist eigentlich arg cool. Dritter Formation beginnt die Aufladung mit voller Kraft. Stimmt, desto. So, wahrscheinlich gibt's jetzt wieder irgendein dummer Trick oder so. Oh, fuck. Ich hab gar keine Unanheide genommen. Moment. Dann musst du, Bruder, kurz warte. So. Heilt den Helden. Held bin ich, oder? Äh. Mal gucken, das ist wieder so, äh, Grafikfehler da drin. Sieht ihr das? Das war Schwertmeister. So. Also, also, der du, äh, komm, wir nehmen die du und, ja, ja. Der du und der du. Die fand ich gut. So, auf geht's. Jetzt darfst du wirklich kloppen. Dann mach ma mu. So, was geht denn ab? Jawohl, guck dir doch mal die Scheiße du an. Äh. Okay. Ja, also, das muss Sinn. Was kann ich in der Brune machen? Du kennst dich weise an ihn hauen. Zwei weise sogar. Ich könnte mal gucken, dass ich in der Blau-Oto aktiv kriege, oder? Oh, das ist nicht gut, ne? Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Ja, da hat er natürlich sechs, äh, Angriffs-Dingsbums, was man hat da scheiße gestanden und überhaupt sind sowieso. Jetzt muss ich als Gucke, dass ich den da jetzt aktiv kriege, dass ich zumindest Anna verballere kann. Obwohl ich einen Mauer baue, ne? Alter, wie, 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 oh, mein lieber Scholli. Okay, ich merk schon, das Spiel dreht jetzt... ...ordentlich auf. Und denkt sich so, ja klar, aber shit. ...okay. Mann, Vater, Vater. So. Das heißt, wenn ich jetzt andere weh mache, kriegen die noch mehr Angriff dazu. Das wolle man natürlich nicht. Das heißt, ich muss jetzt doch mal Angriff drauf konzentrieren, du. Okay. So. So. Irgendwie ist das nicht so toll da, ne? So, wie es aussieht hier. Ich tue nicht besser Mauer, aber okay, äh, das geht nicht gut aus, sag ich euch. Das geht nicht gut aus. Okay. Hey, Moment, war das jetzt nicht... Ne, das war... Das war doch jetzt aber, dass die doch stärker wäre, oder? Oder nicht? Oh, ich krieg gleich so aufs Maul, hey. Haha, jawohl. Guck mal da, okay, ich bin tot. Ich hab' eine Idee. Ja, 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 mach mal hin. Ne, das ist alles hier, kacke. Ja, 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 mach gut. Ähm, Basuf, ich mach' die billig, die billig-version. Ähm, meine Idee ist jetzt, dass ich, dass ich jetzt sterbe, ne? Dass ich im nächsten Ding... Hör du Lust, dass ich im nächsten Ding das nehmen, wo du, ähm, mit 25% deiner Energie wieder aufstehst. Weißt du, was ich mein? Ja. Ja, 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 ja. Ah, komm mal da. Moment. Das war doch nicht irgendwo, gell? Da. Und dann hoffe ich, dass ich, äh, nicht so... Och, du dummes Arschloch. Hey, echt jetzt, du Kackspiel. Schon sprüche 10.000 Mo alles bestätigen. Und jetzt nicht so, oh nö, ich mach das sofort. So. Und dann nicht so, du ich austauschen mit dem. So. Jetzt darf ich nicht draufhauen. So, also mein Plan ist jetzt quasi, Emot zu sterben. Hoppala. So. Komm mal kurz her, du. Äh, ihr herrn grad nix. Ein Moment. Äh, wo sind wir dann? Da. So, sorry. Äh, ich hab mir mein Stiefel ein bisschen runtergestellt. Mir ist auf die Nerve gegangen, dass ich aus irgendeinem Grund immer, du... So, okay, ich bin also dran. Hahaha, das ist so komplett scheiße hier. Okay, da kann ich Mauer bauen. Dann bauen wir die an. So, okay. So, okay. So, okay. hier steht ne gelbe oder ohne himmel, dann kriege ich da noch mehr Maure, und dann, das kann sie so vielleicht, ja ist egal, wie gesagt, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich da, ähm, überlebe jetzt, also sterbe und dann wieder aufstehe und dass ich dann aber nur ordentlich aufs Maul haue, das ist so mein Plan, wo ich hab, ne? Das heißt jetzt, gar nicht so, gar nicht so großartig, gar nicht so großartig die links rechts ergreifen, da sind wir nämlich grad scheißegal, einfach los zu wäschern, und gucken, dass ich in der Mitte ordentlich rumrumpel, ja super, jetzt ist natürlich die Musik lauter wie ich, ja, das ist, naja, so ist es halt, hopp, dann ist das halt einfach eine komische Volk, ist mir egal, ich kriege eh auf die Gorschen, auf die Gorschen, warte mal, dann kenne ich den nimm, wo praktisch wer du, du. Also ich hoffe halt, ne? Dass, dass, dass ich nicht hingehen beim ersten Treffer, wo man die HP absaugt, gleich wieder beläht, das ist dann erst mit dem nächsten und. Das ist eigentlich meine Hoffnung, das sieht man ja, ob es jetzt so läuft oder nicht, ne? Sieht man dann, ob das so läuft oder nicht. Aber was habe ich denn denn jetzt aktiviert? Hör an, warum, ne? Weil ich es kann. Ein paar Leidrufe, ah, guck mal da, dann kann man auch noch aktiviert werden. Irgendwie. Irgendwie. So, jetzt gucken wir mal. Ah, wir sind noch gar nicht so weit, ne? Hier haben wir erstmal so auf die Map gehauen, haha. Oh, fuck. Was baut denn dann, du, die Sau? Okay, also mein Reiter kommt auf jeden Fall durch, das ist klar. Okay. So, dann machen wir schon mal stadtklar von Not her. So, und jetzt gucken wir mal, ob mein Plan schon auf geht, das ich hab. Weiß es halt nicht. Okay. Es scheint, scheint auf zu gehen. Oder? Also, der Juder macht nur weiter, also muss es wohl so sind, ne? So, gut. Dann hat es ja sehr gut geklappt. Und jetzt darf ich mich mal Tula heilen, hoffe ich doch, oder? Heilt die mich jetzt so? So. So. Ich muss jetzt halt nur, aber die Idee ist schon mal nicht schlecht, ne? Muss jetzt halt nur Obacht passen, dass ich ja wirklich... Dass ich ja wirklich... Dass ich ja wirklich... Und zwar die Bogenschütze hat eine meiste HP... Dann stelle ich natürlich, wenn möglich, Bogenschütze hin. Tja, das war's dann aber... Wenn möglich, ne? So. So, ich hab' aber Engel... Engelin aktiv, die sollten mich theoretisch heilen. Theoretisch. So, irgendwie. So. Ah, ja, sie schon macht's. Macht's. Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich wollte nicht Light hole. Ich wollte mal mit der Air-Tasche... Ach, egal. Sollte eigentlich alles gut gehen. Haben wir so haltbar jetzt schon. Mein Gott. Das ist gut, dann aktiviere ich echt mal Engelin. Ah, shit. Oh, oh. Muss ich auf alle Fälle irgendwie was machen. Muss ich auf alle Fälle aktiv machen. Und mal Engelin wird aktiviert. Ja. So. Dann bin ich da ordentlich HP dazu. Okay, der Knischbüter-Hopper hat... ...feuriger Schwach... Was? Du dummer. Du dummer. Echt jetzt? Was soll denn das? Ohoah. Okay, das war nicht so geplant. Dann müssen wir mal da auf Angriff gehen. Da an der Stelle. Dass der doch nicht so viel Dummheit im Nachtwischen. Dann machen wir mal so. So. Dann nochmal mal... Scheiße, da kommen wir mal da oben dran, so. So, aktiviert der sein Light nicht. Na, na, hier sind wir uns rechts hin. Wie, das war alles? Ach so, die hat ja schon ordentlich auf die Map gerät, gell. So, die muss man proaktiv da hinstellen, verstehe. der weg der hat mag voll wege du okay der ist natürlich jetzt aktiv aber du haben wir jetzt gleich zwei mut ruf und die gaul machen wir gleich stadt klar so noch mal gleich die nächste und wir haben kein blauer nicht mehr wirklich wir haben kein blauer nicht mehr wirklich so du knalle deutsch gleich durch müssen wir was gegen machen müssen wir was gegen machen alles lusche wo ich du hab ich halt noch was aus so okay schild ist schon mal jetzt baut er der obera noch wie die sau okay so ob der hat nämlich viel hp welche ich muss doch jetzt greift gleich a ich tue vorher aber mit gaulen in rennen okay dann du da wenn ich ein bisserl was verliere das ist doch schon mal gut so 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 keine gelbe hier machen kann ich ja kann ich ja wir machen auch noch ein bisschen mauer gehen so ist doch doch hin immer irgendjemand sowieso werden mal mein ding ist nicht mehr welche mei schild gedöhnte ja geil ich würde es halt gerne in setze kann ich aber nicht weil es halt mit vollwertig weiß nicht warum weil es halt so ist okay der rote ist weg das heißt ich muss mich nur um seine ende stellen wir doch halt immer noch ein paar leid der gelbe machen wir noch darüber so dann hoffen wir dass das so langt aber so viel power hat er nicht mehr der kollege 54 er muss ein bisschen durch die maurie durchbauen bleibt mir viel übrig und nicht zu sagen gar nix das ist schon mal gut mit dem seitdem sei feuer ding was er machen kann ist schon wieder aufgeladen meins funktioniert er ist kaputt es ist doch scheiße wird ihr bescheiße doch ich saß euch ha 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 jetzt machen wir es gleich oder ach so das war das fach habe ich ganz vergessen ok ich habe noch zwei züge aktiviere man natürlich denn egal so ich habe gemeint es ist dass ich dann die mauer auf lest und anfangen rumzuschießen was war dann das war das ist es nicht irgendwie netten na doch jawohl ok dann haben wir meiner mega opferungstaktik haben wir den locker weg beim sti es ist gut gelaufen mal so internally verlor mein gott schlimmeres so was ich passiert auch her branche nur was ich sah ich bin dar schwester kämpf kämpf gestalt dummheit du mich bist pyram Handwerker, du bist voll kacke. Denk dran, du bist irgendwas mit König. Hey, Schwesterle. Wieso hast du Blaumöpse? Ich hab gestehe ich mal eichener Bruder gekämpft. Greif sie an, muss mal gehorchen. Niemals. Jetzt kämpft die jetzt, geh ich denn an, oder was? Was sind eigentlich im Atze? Hey. Alter, darf ich nicht nur speichern, ne? Hey, äh, achso, ja, ich kämpfe jetzt mit dem Dämonenfuzido. Okay, wie war das wieder? Okay. Okay. Der war gut. Der war scheiße. Ich glaube, ich hab die die Zwerdo alles gehabt, oder? Ja, die auf alle Fälle. und denne als Dicker dazu. Ja. So, machen wir das. Kämpfe ich jetzt, geh ich denn mit Fuzzi. Das ist, glaube ich, 50. Ah, scheiße. Ich hab mal kei, 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 irgendwas geholt. Welche, kei, kei, spezial gedönses. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist schlecht. Muss ja. Okay. Komm, wir tun die du mal aktivieren. Ne, geht nicht. Okay, dann machen wir das so. Das, wenn ich jetzt irgendwas gemacht habe. Das hätte ich gleich machen können. Dann hätte ich da immer. Ja, egal. Wieso hat er da einfach... Oh, lecku mio. Okay. Das ist ja nur zum Testen, ne? So. So. ich bin mir halt nicht ganz sicher alter mal lieber jetzt geht er aber ab hier oder aber ich einfach so kann ich ja das ist aber eigentlich scheiße dass das jetzt alles ohne ohne zwischen gespeichert gemacht werden muss welche wäre vielleicht nicht schlecht also das wäre schon saufreundlich von dem spiel oder speichert kennt ist aber halt nicht so ich mache einfach das ist viel bringt aber bringt halt wenn ich so so kann ich bringen was cooles machen wirklich super danke danke dicker dich brauche ich ich bin schon mal in die mitte was jetzt passiert in der 70 verplatten wie viel übrig okay es lief nicht so gut für den okay wir haben jetzt auch ein bisschen abgezogen abgezogen hat er abgezogen ich habe auch kein problem damit ja auch nicht ne leid hole so ich bin hier hier zum beispiel kann man wieder so warte mal wir waren schon dann schon jetzt gerade und wieder nehmen okay jetzt kommt hoch 90 was macht der eigentlich ja okay das war jetzt an nicht so okay geschützt man sich doch was geschafft naja da hat es erstmal wichtiger dann würde ich sagen noch mal die todohi ja okay alles klar schlag kommen wieso hat jetzt fünf züge gerade weil die saue der bescheid doch wieder du scheiße alle ich saß euch ich saß euch die scheiße alle so hm 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 haben Untertitelung. BR 2018 Hmm... Shit. Shit, 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 shit. Okay... Bleibt mal nix andere Silberich, ich will den Entschulden verteidige... Ein schönes Pläntchen... Ach komm... Deine Kack-Einheit hast du eigentlich... Ich hab's Grydo-Ener-Ener-Greych-Hie gestellt... Welche? Das bringt's so voll hier... Yeah... Einfach nur denner genervt... So... Hmm... So... Voll das Lüscheding, ey... So... Ja klar... So... Diesmal, diesmal du ich's nicht ins Sätze... So doof bin ich dann okay... Okay... Fünfmal... Hehehe... Mal her... Gibt mir noch ein bisschen... Mauer baue... Tula setzen wir da her... Und den Hund... Holen wir da her... So... 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 So.... Genau so hab ich mir das vorgestellt... Genau so... wir machen alles geplant alles geplant jetzt haben wir mal einer aktiv so ich habe keine ahnung aber sieht nicht gut aus ich habe keine ahnung kann ich denn nicht verschwinden die busi mache nein ich will aber mal schild ne ich tue mal schild nicht aktiviert ich weiß nicht mehr vor was ich weiß gar nicht was das ding macht he he die man dann was es jetzt macht ne ja das habe ich mal gedenkt ok danke so so und jetzt schlau ist aktivierter sei geier ist er aber irgendwie nett ok gut dann halt nicht ne ich bin dran mit keine ahnung irgendwie ja wir bauen einfach ein paar rote hier oder du weißt halt schon was ich machen soll so 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 also so 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 also muss etwas schaffen für sein Geld. Zumindest der Adler kaputt mache, wäre nicht schlecht. Sogar noch ein bisschen abgezogen, jawohl. So, wie gesagt, ich rufe ein paar Leid. Sichte. Sieht es doch schon mal gut aus hier. Ich hoffe, dass der wieder nichts trifft, außer die Maure. Oh, komm. Ja, hopp, ich kann sie ja blocken mit meiner Mauer, aber was ist denn das für eine Scheiße hier? Der Ende ist schon mal weggebämmst. So muss das sein. Blöder. Blöder Affezippel. So, ihr Hundis, dass noch was zu tun kriegen, da. Die holt, okay, Leid. Ja, okay. Ja, okay. Dann machen wir das so, ne? Oh, Moment, ich könnte noch einer sitzen, ne? Oh, Moment. Uh-huh. Mmh. was ich denke dass ich jetzt die mauer tor wieder hier stellen so es hat also eine habe ich noch ja geil hier mit naja mauer jetzt gerade denke mauer hier stelle gerade denke mauer hier stelle okay ich stelle sie jetzt gleich es gibt es gibt wieder nix wenn ich da wieder die scheiße bau so mauer hier stelle die was ach so war das ist ja der andere schutz über das knappe okay ist egal locker gepackt es war doch jetzt aber nicht wirklich der endkampf oder ich muss jetzt wahrscheinlich ob er jeden kämpfe oder so es leid sicher genauso nach ihr blöde kinder ich habe ja gewinne los klar wird blutkrone besser die wahre gestalt mit dir und dem was sich zu all dem ich hoffe dass ich vorher speicherte ich bin nicht dein vater ich bin nur blutkrone geilig auf speicherte machen wir das mal so richtig sicher ist sicher ob speicher muss schneller ok dann mach mal denn aber nother immer mit mann nother ja nother platt nother moja ja nother moja mach mir denne platt alle dann vielen dank fürs zugucken moja mach mir denne platt hopp tschüss hopp tschüss